Spiegelbild im Spiegelbild Im Spiegelbild Sprungfeder fallen verklemmen, wenn schwere Gegner auf sie treten Halten die fest sozusagen Paladine sind gegen starke Gegner nicht sonderlich wirkungsvoll Das ist natürlich schade So, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal durch mit der neuen Map Spiegelbild Ja, würde ich auch mal sagen Oxfas 3, 2 Ja, starten wir durch So, Blockaden Das Krawumfass, so geil fand ich das Krawumfass, glaube ich nicht Ne, ich fand's auch echt scheiße Die kosten 150, die Bodenfallen, die zieh ich mir direkt mal rein Bodenfallen? Ne, die kosten 150 Ach, die Bärenfallen Äh, Bärenfallen ja, nicht Bodenfallen, sorry Äh, 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 ich brauche die Sprungdinger hier wieder Äh, 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 so, ich glaube ich bin durch Ja, 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 durch, durch Ähm, dann habe ich, oh, ich glaube Was passiert hier denn? Okay, hier können sie von unten kommen Ja, Donnerbüchse und Eis reicht auch Eigentlich Hm Okay, hier können sie von unten kommen Können hier Aber die laufen alle nur zum einen, einem hin eigentlich, ne? Ja, ich glaube, sie kommen, kommen von, äh, sie kommen von allen Seiten Ja, lass doch einfach nur die beiden Eingänge, die es dir gibt, einfach blockieren Ja, die kommen, ne, nicht die beiden Ist klar Von unten kommen die auch Ja, wie wollen die denn hoch, ach, die können da hochlaufen, sehe ich gerade Hm, hier über die Treppen Ja, dann lass es doch trotzdem oben blockieren Ja, aber hier oben ist nicht so viel Platz Vielleicht kriegen wir schon hin Du kannst auf jeden Fall ordentlich Bogenschützen hier oben hinpacken Hier oben, auf die Dinger hier rauf, ne? Jo Ich guck mal, wo kann ich sie hier bauen Hier könnten wir mal so eine Dingsfalle hinsetzen Ich bin ja schon Knorke, was ich hier mache Knorke Ist voll cool und so So So, ich hab zwei Bogenschützen hier gepackt Hab auch nur noch 50 Euro In der Tesch Oha Ja, oha Noch 50 Euro Nur 50 Guck mal, hier gibt es auch nur neun, äh, nur neun Wellen, merkwürdigerweise Ist ja was Ja Geht ja eigentlich klar, ne? Neun Wellen Jo Sollte ja zu schaffen zu sein, ne? So, jetzt kommen sie erst von oben, kommen sie jetzt erst in der ersten Runde Mhm Werden wir hier mal Gas geben So, holen wir mal die Horder ran wieder Wie auch mal sagen Ich hab ja jetzt auch so Deckenpfeilen wieder hingehängt, ne? Kannst du dann anschließen Aber sind sie schon wieder Ah Ah Ah, das läuft doch Das läuft Das läuft Das läuft, ohne Ende Naja Ganz nah Also, wie viele warten das? Ja Ein Millionen Nächste Welle folgt sofort anscheinend Mhm Ich packe einfach mal ein paar Bierenfallen hin Mhm Sieh einer an! Zimmerservice Richtige Fallenbooterei hier Aber jetzt kommen sie, also von unten kommen sie jetzt noch nicht, glaub ich Ne, kommen erst mal von hier noch Na, die ersten beiden Wellen gehen ja eigentlich auch Mhm Schon immer so Also, die Bierenfallen sind eigentlich übelst geil, ne? Ja Ja Na wo? Werden die da so drin verhakt, oder wie? Ja übelst, die gehen es sofort down Die sind dann aber auch weg, die fallen, glaub ich Ach so, ja, das kann sein Ja, dann baut auch nicht zu viele von, dann lohnt sie sich das Ja doch schon, ne? Ja wir brauchen Jetzt kommen sie von unten Jetzt kommen die Luftdinger, ne? Luft? Ja, die kommen jetzt halt auch von unten Gehst du auf andere Seite? Ja, ja, ich mach das schön Ja, Alter Da kommen sie auch, oder was? Von beiden Seiten kommen sie jetzt auch noch, richtig gerade Ja Boah, die kleinen, Alter Alter, sind schon mal hier durch Nicht zu wenig, glaub ich, ne? Ja Krass Ich baue hier nochmal ein paar Bogenschützen hin Ja, wir müssen hier Oben am besten Ich hab auch zu wenig Geld hier, ey Ja, ich baue du da ordentlich Bogenschützen Ich baue hier, oben baue ich einfach Fallen Ich baue immer so ein paar Trittfallen hier noch hin Ja, aber die bringen es nicht Wenn die nach einmal weg sind, dann lohnt sich das einfach Aber die zerstören sofort so ein Ding, ne? Ja, aber Guck mal Na, hast recht eigentlich Ja, gucken wir mal So, wir starten mal wieder durch Ja, würde ich auch sagen Okay, die Horde Holen wir die Horde mal wieder Es gibt schon was Feines Lecker, lecker, lecker Happy, happy Feiny, Feiny Feiny, Feiny Schlemmereien Schlemmereien Die scheiß Kleinen hier von unten Weißt Man kann ja auch nicht an allen Stellen stehen, das ist das Problemchen Ja Ja Alter, hier ist ein Troll, der hier uns die Bogenschützen weghaut So Alter, ich krieg diesen Troll nicht tot, ey Nächste Velie Mein Bogen ist euer Mein Bogen ist euer Da sind wir ja ordentlich weg hier Kein Problem hier Kommen sie jetzt nicht von unten, aber momentan kommen sie nicht von unten Aber die kommen bestimmt gleich noch von unten Ja, bestimmt Schön Bereit zu dienen Nennt mir eine Richtung Nennt mir eine Richtung Nennt mir eine Richtung Nennt mir eine Richtung Sie sind unten Ah, jetzt Jetzt merkt man schon deutlich, ey Dass doch ein bisschen mehr kommt, ey Oh Diese kleinen, Alter Diese kleinen, Alter Hier ist ein scheiß Troll Kannst du den mal tot machen? Warte Da ist er Da ist er Du hast Du machst deutlich mehr Damage als ich glaube Ich krieg den einfach echt nicht down Willst du nicht da so richtig krass drauf haue? Der generiert sich ja auch immer wieder, ne? Kann das sein? Ja, das ist das Problem Ich mach den Ich mach einfach nicht so viel Damage, dass wie er sich regeneriert Und fertig ist die Laube Wunderschön Also bei mir hier Ich hab hier jetzt so viele Säurepfeilen, ey Da dürfte jetzt bald nix mehr durchkommen Ich packe hier oben nur noch Bogenschützen hin Die drehen sich ja auch automatisch Eigentlich ist das Schwachste nicht, die aufzudrehen, ne? Ja, ich glaube auch Die drehen sich automatisch Wurzige Tage packe ich noch so ein paar Trittfallen hier Ich glaub die können wir natürlich Schnapp, schnapp, mach die Vielleicht ein bisschen vor die Bogenschützen legen Damit die nicht attacken werden Ja, hatte ich halt gemacht Also eine bis jetzt Sonst hatte ich keine Kohlen mehr Ja So, ich drück wieder auf G, ne? Okay, ich auch Feini, Feini Schlemmi, Schlemmi Happi, Happi Lecki, Lecki Kommt noch nix Ja, mir kommt schon noch eine gute Masse an Einiges, einiges, einiges Trefferserie Juhu Ja, läuft aber noch Also, diese kleinen Trittfallen sind echt nicht schlecht Mhm So aufpassen, dass ich immer auch immer Zwischen Feuer Äh, zwischen Eis und Beim Schuss Wieder hin und her schalte, ey Manchmal Ja Fail ich da so leicht Das kommt doch nicht so gut So, ich packe jetzt hier nochmal Und paar Trittfallen da oben hin Die Bogenschützen zu gefrei Äh, zu safen Alter, jetzt kommt der Kleine in der Mitte Ja Ah ne, doch, ein Troll, die kleine... Alter, jetzt fliegt. Alter, echt nah dran. Ich glaub diese scheiß Ballen dann noch verteilt hast. Alter, dieser Troll, der nimmt unsere Bogenschütze nur so auseinander. Okay, wir sind da jetzt wirklich abgehauen. Fliegt sich jetzt zu einen Seiten rum. Noch irgendwas oder was? Hier ist noch ein Troll. Aber der schiebt ein bisschen mit unseren Bogenschützen, das ist gut. Stell die anderen auch mal unten hin, auf der anderen Seite. Hast du da auch welche unten? Ja, einen hatte ich dann gestellt. Ja, stell hier noch einen rein, weil da kommt der Troll überhaupt nicht drauf klar. Echt nicht? Nee. Schön. Ja, hier auf der anderen Seite, wo keine stehen. Ja, da steht ja auch einer. Nee, hier unten stehen keine. Auf der zweiten Ebene, ne? Ja, ja, stehen noch. Nee, hier stehen keine auf der Seite. Auf der anderen meinst du? Ja. Der fuck, ich bin hier unten reingefallen. Alter, hier kommt voll viel das Kleine. Dann musst du jetzt aber gut safen hier. Alter, ich bin hier auch reingefallen. Fuck. Der kommt da nicht ran. Wie geil ist das denn? Ja, ja, deswegen. Sag dir das. Alter, Alter, wir sind da kurz. Die Kleinen, die machen uns kaputt. Geist. Ja, das mit den Bogenschützen, das ist geil. Der kommt Troll einfach nicht rein. Der kann tötlich sein. Yeah, 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 ja, ja. Das kommt schon. Also erst ist schon dauernd Kommt da noch welche. Ich sehe ja gar keiner mehr. Da. Dich knall die ganze Zeit drauf. Wie lustig ist das? Ja, das war's schon, jihah! Puh, das war auch ganz schön knapp, wir haben auch nur einen einzigen Schädel gekauft. Aber das ist richtig scheiße, nur einen Bonus-Schädel, ey. Deckenfalle. Kacke. Elektro-Brutzler. Der Elektro-Brutzler von Wiesenhof. Gibt's auch noch dazu, wunderschön. Nice, der Brutzler. Zauberbuch gucken, aber eigentlich brauchen wir gar nicht, ich hab ja nur 12 Schädel, da kann die mir so nichts Neues verkaufen. Scheiße, ich hab nämlich nur 12, ich brauch 13, ey. Kann ja leider keinen schenken, oder? Ich glaub nicht. Sonst wär das ja ideal. Da waren wir einfach zu mies für, die Runde. Ich brauch 13, kacke. Hardcore gefehlt. Ja, ging, ne? Ich glaub, man kann ja auch alle Schädel zurückerstatten. Ja, das kann man machen. Soll ich das mal machen? Ich glaub, ich mach das mal. Dann hast du aber nix mehr, ne? Ja, aber egal, ich mach das trotzdem mal. Da kann ich einfach viel besser Dings... Kannst du besser planen, meinst du? Ja, kannst ja auch mal machen. Dann machen wir jetzt nochmal neu. Und warum? Ja, wenn du nicht willst, also ich mach das jetzt. Ich hab das jetzt mal kurz gemacht. Ja. Dann mach ich den Säuresprüher hier mal kurz. Machst du voll ab, ne? Jo. Der Säuresprüher ist nämlich richtig geil. Dann kann ich ja mal kurz rausgehen. Mach das. Okay, bis gleich. So, und dann mach ich hier nochmal die Rücksetzzeit von Eisfallen. Wird hier nochmal gesenkt. Das Einfrieren von Eisfallen hält länger. Oder Gegner sind für eine gewisse Zeit nach abklingendes Einfrieren unterkühlt und verlangsamt. Ich glaub unterkühlt und verlangsamt nehme ich da. Und Eisfallen können auch der Decke plastiert werden. Brauch ich nicht. Das kostet elf. Das kostet elf Schädel. Mach ich bestimmt nicht. Ich glaub die Spinnen. Aber jetzt hab ich nämlich Säure und Eisfallen richtig abgegradet. Die gehen hier nämlich richtig steil. Und was könnten wir dann noch machen? So, dann haben wir nämlich an der Decke bräuchten wir noch was. Jetzt haben wir was an der Seite am Boden. Und was sind denn hier? Sporenpilze. Schwungkeule. Was ist das denn alles? Ist natürlich ganz nice. Die Schwungkeule. Wie es auch an der Decke war. Aber ich glaub die brauche ich nicht unbedingt. Sporenpilze. Nee, 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 nee. Brau-Wien-Wäschter. Ich ziehe einen Nahkampfwäschter. Noch mal mit Nahkampfwäschter. Ein Paladin. Aber wenn Marc so viele von den Bogenschützen baut, dann brauche ich hier nicht. Der Mana-Boden ist natürlich geil. Der ist natürlich richtig imbar. Dann kann ich richtig volle Liebe raushauen. Geil. Den hole ich mir. Boah, ist ja teuer. Hm. Muss ich schneller wieder aufladen. Ich glaub er soll sich schneller wieder aufladen als Unikat. Ja. Schön. Schön. Oh, jetzt haben wir noch 10 Stück. Brauchen wir noch was? Die Sprung-Feder-Falle, die lohnt sich einfach nicht. Nee, die lohnt sich nicht. Ich glaub wir graden dann nochmal diese komische Tekken-Falle ab. Wo ist sie denn? Ein Felsbrocken-Rutscher. Bomben, hört sich doch gut an. So, und da ist der Agressi auch schon wieder hier. Agressi, hallo Agressi. Hallo. So, ich hab jetzt komplett neue Skills. Ja? Ja, ich hab jetzt den Säure-Spritzer komplett. Schön. Und wie hast du? Hab die Felsbrocken-Rutsche. 96 Schäle hatte ich. Oh, 96. 96. Eww. Alte Liebe. Und dann noch die Decken-Rutsche hab ich upgraded und hab mir noch so einen Mana-Brunnen geholt. Da kann ich mir die ganze Zeit einen Mana holen. Richtig geil. Dann kann ich dir richtig Liebe geben die ganze Zeit. Mana? Ja, ich hab immer voll das Mana-Problem wegen der Liebe. Ja, das hab ich auch. Vielleicht sollte ich das auch mal machen mit dem Mana. Ja, ich hab einen. Ich glaub, da können wir uns beide aufladen. Echt? Mhm. Kannst du irgendwo hinpflanzen oder was den Brunnen? Das ist der Brunnen des ewigen Manas? Richtig. affirée Vollgas Athena wieder raus is jammin. Faktion. Faktion. ippen.